Was genau? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Wir spielen endlich mal wieder Arsenal und zwar ein 1 gegen 1 gegen Tina. Hallo Tina! Hallo! Deine Revanche, jetzt ist es da. Ich bin blau gejoint, du rot. Wir legen auch direkt los, würde ich sagen. Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt. Beim ersten Mal hast du ja verloren. Ich werde euch das Video auch nochmal verlinken. Aber Tina hat ja jetzt... Du hast tatsächlich viele Stunden in Gunfight Arena gesammelt, ne? Ja, aber ich bin jetzt gerade nicht eingespielt. Ich auch nicht. Wir haben einfach jetzt spontan gesagt, wir spielen nochmal gegeneinander. Aber ich muss sagen... Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, overall habe ich natürlich mehr Erfahrung, aber... Nee, mach nicht! Hab dich! Aber wir müssen kurz... Eine Sache muss klargestellt werden. Wir haben beide, wohlbemerkt, unsere Maus-Settings geändert. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso ein bisschen wieder reinkommen. Oh, das wird schon. Das muss reichen. Hallo! Hab dich! Wow! Boah, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Ey, wenn man Gunfight so viel spielt wie wir die letzten... Ja! Ja, das ist total komisch. Da hinten bist du. Ich hab extra noch erwartet. Mann! Ich... Bereist du's schon? Ja, weil ich... Aber ich bin auch schlecht gerade, ehrlich gesagt. Ich... Wie kann ich denn... Kann ich ohne Mausrat die Waffen wechseln irgendwie? Hey, ja klar. Wie? Also du hast ja immer nur eine, also musst du mit Kuh. Mit Kuh? Ja, hab ich aber auch schon gesagt. Mit Kuh kannst du immer auf dein Schwert gehen. Ich hab die OP Laserwaffe. Ich hab dich immer nicht gesehen. Wo warst du? Ach, im Tunnel! Lol, hab ich nicht gesehen, ne? Wo bist du? Wo bist du? Safe da hochgelaufen. Wir warten einfach kurz. Oh, bist du im... Bist du im Bahnsteig? Am Bahnsteig? Das war von oben. Das muss von oben gewesen sein. Hab dich! Tonsi! Hab dich! So, jetzt spawnen sie da hinten, weil das ist immer noch Legacy. Wir könnten tatsächlich auch wirklich mal den neuen Modus machen. Also den... Aber ich mag den nicht, bin ich ehrlich. Wo man quasi immer eine Waffe behält. Ganz lange. Das find ich immer doof. Tonsi, wo? Ich geb euch jetzt auch einen One-on-One-Tipp. Jede Map hat tatsächlich Spawn-Points. Das heißt, wenn ihr jetzt jemanden getroffen habt, wie ich Tina gerade, und ihr bleibt hier, könnt ihr mal so 21, 22, 23 machen. Wenn sie sofort spawnt, spawnen sie immer gegenüber an der Wasserseite. Wenn man rüber geht, recht zügig. Also sofort spawnen sie auf der anderen Seite. So kann man ein bisschen kontrollieren, wo der Gegner spawnt. Hallo? Du bist ein Kacki. So, jetzt warte ich hier. 21, 22. Sie wird gespawnt sein am Wasser. Also kommt sie entweder da oder da. Sag ich doch. Hab dich! Mann! Was denn? Aber heute bin ich auch ein bisschen on fleek. Also am Anfang war es ein bisschen happelig. So, jetzt bin ich sofort rübergegangen. Das heißt, sie spawnt hier nicht. Sie spawnt da, genau. Hallo? Die Spawn-Punkte in Arsenal waren nämlich schon immer ziemlich kaputt. Hallo, Tonsi! Das ist unfair. Warum? Und ich wollte heute noch fragen, ob du noch Bock hast später auf Valorant. Wir warten nochmal kurz. Jetzt spawnst du ja wieder da hinten an der Wasserseite. Das geht übrigens auf jeder Karte. Oh! Okay, dann war ich zu nah dran. Hab dich! Vermisst du deine M60? Ja! Das tut mir doch gerade auch ein bisschen leid. Vielleicht hätte ich die Maus... Ich hasse die Map auch. Ich habe dich gefragt, welche Map. Aber wir spielen ja immer zwei Maps. Wo kamst du denn jetzt her? Hast du dich gerade angeschlichen? Nee. Wir spielen... Nee. Wir spielen ja zwei Maps. Wo bist du? Die Rache wird fürchterlich sein. Geht dich gar nichts an. Doch, ich sehe dich. Oh, wir laden nochmal kurz auf. Da war sie. Wir warten. Gibt jetzt eh hier, ne? Hallo! Bist du runtergesprungen? Hansi! Wo bist du hin? Hä? Oh Gott! Das war knapp. Das nächste Mal, wenn ich dich erwischte, rühre ich übrigens gehe. Oh, da bist du. Warte mal. Doch jetzt. Wow. Das, 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 das. Ein Gunfight kann man durchschießen. Ich habe voll in die Kiste reingebrätselt, weil ich gedacht habe, da geht durch. Wir spielen zu viel Gunfight Arena. Also wirklich. Gunfight Arena. Wow, ich hatte noch nicht mal ausgerüstet. Du Kackass. Gunfight Arena macht unser Aim kaputt, Tina. Du bist ein richtiger Kacki. Warum? Gegen Wolki hast du auch richtig viele Punkte geholt. Ja, da war ich auch, nee, war ich nicht eingespielt, aber. Nee, wollte ich gerade sagen. Da hast du auch einfach auf spontan gespielt, da hast du sie kaputt gemacht. Ja, aber ich war jetzt nicht drauf vorbereitet. Bist du dann nächstes Map vor vorbereitet? Nee. Auch nicht. Oh Gott. Mann. Es tut mir leid. Ich fühle mich schon schlecht. Wo bist du? Hier. Wo ist hier? Wo ist hier? Ja, das sage ich dir nicht. Wo? Oh, da. Daneben. Da hast du doch deine M60. Nee. Oh, daneben. Oh, daneben. Och, nee. Oh, ich muss auch nachladen. Kurz weg. Kommen wir gleich wieder. Hey, ich treffe nicht. Das hat aber auch gedauert. Dina, was hältst du denn von deinem ersten Video auf deinem Kanal mit Arsenal one on one gegen mich? Nee. Sagt sie einfach nee. Warum nicht? Das wird nicht mein erstes Video. Warum? Hä? Oh, du hast mir in die Füße geschossen. Ja. Ich fühle mich richtig schlecht. Ich habe ja auch nur deine Füße gesehen. Ich fühle mich richtig schlecht. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir auf einem deutschen Server spielen? Also ich sehe es oben rechts. Ich glaube, das ist das erste Mal in Roblox, dass ich auf einem deutschen Server spiele. Ich sehe das nicht oben rechts. Der steht in Hessen, also wahrscheinlich in Frankfurt. Oh, da bist du. Komm schon. Jetzt hole ich dich. Du hast eine Autowaffe. Ich habe eine Pistole. Das ist nicht gut. Warte mal, ich verstecke mich einfach hier. Du bist so ein richtiger. Du bist so kackig. Hast du mich nicht gesehen? Jetzt spawnt sie da hinten. Da kommt sie nicht. Also da. Au. Okay, das war auch ein bisschen. Was war das denn? Hast du dich gerade gefreut? Hast du mich gerade? Du hast doch gar nicht gefaucht. Ich muss dich noch weiter kaputt machen, bis du fauchst. Da hinten bist du. Mann. Okay, da war wies. Wo? Oh, da. Einmal. Komm her. Du bist die beste im Abbau. Kann er... Mann. Ich war nicht wieder falsch gelaufen. Da hinten bin. Okay, ich hasse es hinter dich. Gebracht. 28. Das ist unfair. Warum? Was ist unfair? Au. Weil. Ach so, es gibt keinen Grund. Verstehe. Doch. Wenn der da wäre. Weißt du nicht. Hab dich. Wo bist du? Du hast es verdient. Warum? Kurz überleg dich zum Messer. Komm schon. Oh. Da warst du kurz, oder? Ja, da bist du. Oh, knapp. Ich hab gedacht, ich kann den... Moment. Kommst du wohl zurück? Du musst du vergessen. Du bist doch jetzt nicht einfach abgehauen. Da rechts warst du. Ich hab dich gehört. Komm her. Oben. Wieso hörst du mich? Ich hör dich gar nicht. Ich hab daneben geschossen. Du hast auch noch die OP-Waffe. Einmal. Oh. Einmal hab ich dich erwischt. Hast du nur noch 11 AP oder 93 gehabt? 93, ne? Ja, jetzt. Ich hatte 11 davor, glaube ich. Jetzt beende ich dich. Jetzt hab ich... Jetzt beende ich dich. Du beendest mich gar nicht. Doch. Nee. Nein. Falls ihr die zweite Runde auch noch sehen wollt, dann smash jetzt den Like-Button und hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr die ganzen Duelle mit Tina findet. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Tschüss. 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 it Untertitelung des ZDF, 2020